Was geht? Willkommen auf meinem Channel. Heute ist das Thema, sollte ich mich mit 17 tätowieren lassen und wenn ja, was für Motive? Leute, es ist ganz wichtig, wenn ihr euch mit 17 tätowieren lässt, dass ihr drauf achtet, was ihr euch tätowiert. Es ist wirklich mega wichtig, denn viele da draußen, gerade die 17 sind, sind vom Kopf her in Sachen Tätowieren noch nicht so weit wie andere. Das klingt ganz komisch, ist aber so. Viele 17-Jährige kommen hier rein und wollen Motive, die jeder zweite da draußen schon hat, weil sich jeder mit 17 tätowieren lassen hat. Wir reden hier von Endlosschleifen, wir reden von irgendwelchen kleinen Tribal-Motiven, also ein Tribal-Motiv. Wir reden von Federn, wo dann Vögel rauskommen. Wir reden von einem Spruch, den jeder dritte hat. Wir reden von einem Wort, was jeder zweite hat und ganz besonders mit 17, was auch viele machen, oh scheiße, Stimmschatten. Was viele auch mit 17 machen, ist sich den Freund oder die Freundin tätowieren. Das ist ein absolutes No-Go und wird bei uns nicht tätowiert. Wenn, dann nur über, also im Zusammenhang mit Mutter, Vater, Oma, Opa, sowas machen wir. Aber eigentlich wirst du bei uns vollkommen von A bis Z beraten, wenn du 17 bist, was wirklich ein gutes Motiv für dich selber ist oder eine gute Idee, die wir mit dir zusammen umsetzen, damit du es nicht bereust. Denn, warte mal, ich mache jetzt mal, vor allem, wie ich gerade rede, ich mache jetzt mal Licht. Denn jeder 17-Jährige hat das Problem, das ist wirklich so, es ist ganz wenige, also bei uns kann ich euch sagen, sie werden sehr gut beraten. Wir haben früher das auch noch nicht perfekt beherrscht, weil man halt jeden Menschen auch den Wunsch erfüllen möchte, tätowiert zu sein. Aber mittlerweile beraten wir die 17-Jährigen so, mit Mutti-Zettel natürlich, also Mutti und, also Elternzettel, halt Vater und Mutter, müssen beide einverstanden sein. Irgendwie, wenn du jetzt nur von der Mutter ein Zettel dabei hast, also Mutti-Zettel, dann funktioniert das nicht. Oder ein Papi-Zettel. Es müssen beide mit einverstanden sein. Dann versuchen wir meistens, die Leute davon abzubringen, dass sie sich irgendeinen Unsinn tätowieren, wie eine Endlosschleife, wo Family drinsteht oder sowas. Wir wissen alle, man möchte gerne tätowiert sein, weil das, es ist einfach geil, also, ja, wir leben es alle. Tätowiert sein ist geil, ist in, ist schön, sieht gut aus, man wird selbstbewusster. Es ist einfach so, es ist eine Therapie, man verbindet damit viel, man kämpft gegen den Schmerz, gegen den Seelenschmerz, es ist einfach geil. Deswegen verstehe ich das, dass man auch mit 17 sofort tätowiert sein will. Macht euch eine Platte, was man genau tätowiert. Deswegen, und wir haben hier letztens einen 17-Jährigen gehabt, dann würde ich mal sagen, zeigen wir doch mal, was für Schmerzen er hatte. Man darf nicht vergessen, er hatte eine Tagessitzung und er hatte die perfekte Idee, ein bisschen haben wir dann noch rumgeschliffen. Also er kam schon als Diamant hier rein und dann haben wir es aber so gemacht, dass es ein bisschen VVS-Style mäßig ist, dass er schön geschliffen wurde. Also jetzt, er hat ein perfektes Motiv, muss ich sagen, ein Adler mit einem Stadtteil Florida, ich glaube, Tramper, Tramper? Ich weiß gar nicht mehr, wie der Teil heißt, auf jeden Fall haben wir das so eine Verschmelzung gemacht, weil er drei Jahre in Amerika gelebt hat. Sowas ist perfekt mit 17, das kannst du niemals bereuen, niemals wirst du sowas bereuen. Eine Endlosschleife, eine Feder, wo Vögel rauskommen, kannst du bereuen. Deswegen, perfekt, was er gemacht hat, wir haben ihn gut beraten und Film ab, leidet ein bisschen. und Film ab, leidet ein bisschen. Und Film ab, leidet ein bisschen. Das war das Video mit dem 17-Jährigen. Ich nenne ihn immer Schumi, weil er bei Instagram Schumi heißt, deswegen Schumi. Wir sehen uns, haut da rein alle. Bis dann, Antenne, das war es mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ich stehe schon wieder im Schatten. Scheiße. Ciao.